Wir sind jetzt am Tulum-Tempel angekommen. Parkplatz wieder voll. Jetzt haben wir hier keine Ahnung, halb zehn. Wir müssen jetzt wieder eine Viertelstunde latschen bis zum Tempel. Wird bestimmt voll. Wir haben gestern gelesen, dass die Einheimischen sonntags umsonst in diese Dinger dürfen und sollten da sonntags nicht rumgehen. Aber weil das gleich andere nicht tun, haben wir gedacht, dann probieren wir es mal. Vielleicht sind dann die, die kommen würden, heute nicht da. Zumal die Zeit ist ja auch so grenzt. Wir können jetzt nicht nochmal drei Tage warten, weil dann geht es wieder weiter. Und voll ist eh immer. So, jetzt sind wir drinnen. Hat gut geklappt. Also diesmal haben sie uns unser Stativ gelassen, haben uns auch das Mikro gelassen. Obwohl ich vorher gelesen habe, es kostet alles extra, wenn man was mit rein nimmt. Also das ist irgendwie keine Ahnung von was die das abhängig machen. Und diesmal richtig günstig. 3,80 Euro. Und jetzt ist das hier erst der Eingang. Aber das sieht richtig mega krass aus. So hier wäre ich auch kein König gewesen. Bis jetzt ist es eigentlich die schönste Anlage und wir kommen jetzt noch zum Meer hoch. Also das ist richtig klasse hier. Und auch relativ voll. Aber ich denke, es verläuft sich wieder. Genau. Was wir noch ein bisschen klugscheißer wissen. Die Stadt hier wurde im 11. Jahrhundert gebaut, hatte zum 12. und 13. Jahrhundert ihren Höhepunkt gehabt. Und als 1500 irgendwas, keine Ahnung, ganz genau war, die ersten Spanier hierher kamen, haben sie gesagt, es ist so groß wie Sevilla. Also es muss schon eine sehr, sehr große, beeindruckende Maya-Stadt gewesen sein. Und einer der, ja eigentlich so mit der größten hier auf der Yucatan-Halbeinsel. Was schon beeindruckend ist, also wir haben es ja jetzt mal eine Stunde durchlaufen. Also die Größe ist jetzt nicht, ich hätte es jetzt nicht wie Sevilla eingeordnet, aber vielleicht ist auch hier vieles noch gar nicht ausgegraben. Aber für mich ganz klar die schönste Maya-Städte, auch aus der späteren Epoche, wie Sandra schon gesagt hat, das 11. Jahrhundert. Dafür ist es allerdings schon ziemlich kaputt, das muss man auch sagen. Vermutlich auch schon viel ausgeraubt und mit Steine ausgeräubert. Insofern aber wunderschön auch direkt da am Meer absolut zu empfehlen. Da kann man es als Maya-König aushalten. Ja. Und es war wirklich sehr, sehr voll an manchen Stellen. Also Wahnsinn. So, und jetzt würde ich sagen, geht es weiter zum nächsten Tempel. Es geht los. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder weiter. Ich kann es noch nicht aussprechen. Wir fahren zur Lagune. Und dort soll es auch wieder, logischerweise, ein Tempel geben, eine Lagune. Und da lassen wir uns jetzt mal überraschen. So, letzter Tempel für diesen Urlaub. Versprochen. Naja, wer weiß. Doch, der liegt aber auf dem Weg. Deswegen haben wir noch mitgenommen. Der heißt Mutschil. Ich glaube die Anlage Mutschil. Ja, hier ist richtig wenig los. Das ist nämlich ziemlich weit im Land des Inneren. Und ich glaube, hier fehlen sich noch nicht so viele. Das sind das ist ... Das ist gar nicht so viele, wie Tag mal rein und wie Tag kommen. Jetzt habe ich, jetzt Chaos auf jeden Tag mit dem dunkel. і so jetzt geht es hier noch mal weiter zu einer lagune da haben sie natürlich noch mal extra 50 pesos aufgerufen also noch mal zwei euro so kann man es natürlich auch machen aber die lagune deswegen sind wir auch hierher gefahren die wollen wir uns jetzt auf jeden fall noch mal angucken die landschaft hier ist auch echt super mitten im dschungel fehlen jetzt nur noch die affen möglichst wenig vergessen ganz wichtig genau und sonnenkrieg da geht es jetzt den turm hoch sandra hat gesagt ich soll den autoschlüssel und die wertsachen da lassen falls ich da runterfall das ist hohe mexikanische baukunst da mache ich mir überhaupt keine sorgen dass ich da das klein hier das hat es echt in sich das ist vollkommen durch nicht geweicht aber da darfst du rauf aber auf kein dieser tempel da darfst du nicht rauf aber hier darfst du rauf lebensgefahr aber ich kriege auch wird schon halten so ich bin wieder heil runter vom turm gott sei dank du hast ein autoschlüssel nicht ach ich nicht du hast deinen autoschlüssel wieder weil ich runter bin ja genau hier sind wir jetzt an der lagune das wasser da sieht auch ziemlich interessant aus da kann man jetzt noch eine kurzfahrt machen aber das haben wir uns dagegen entschieden ne machen wir heute nicht mehr da vorne seht ihr übrigens noch mal so ein turm wie eben der ist jetzt allerdings der sieht schon einiges besser aus zu so vierter tempel in vierter tempelanlage in drei tagen ja war jetzt die letzte würde ich sagen ähm fazit ja die mayer die sind das ist schon ein beeindruckendes volk und ähm man kann jetzt nicht sagen wenn man eine gesehen hat hat man alle gesehen irgendwie waren alle irgendwie anders die hier war es ja finde ich mystisch gewesen weil du siehst hier die natur holt sich alles zurück bäume wachsen schon wieder aus den felsen das war schon ziemlich cool und diese lagune hier ja die kostet nochmal zwei euro extra aber ich glaube das kann man sich sparen das ist nicht wirklich war nett aber ja aber jetzt geht es erstmal wieder zurück ins hotel äh und den nachmittag gechillt am strand ausklingen lassen noch ein knuckscheißer wissen Achtung es soll noch meyers geben meyers meyers die meyers gibt es auch die meyers die meyers gibt es auch daher kommt vielleicht der name meyers So, jetzt sind wir heute mal in der Note, der eine oder andere hat ja gemeint, wir sollten da rein, ich hab ja Angst, das Wasser ist so kalt, wir mussten erstmal wieder unsere Kamera abgeben, Handy ist erlaubt, deswegen ist vielleicht die Qualität ein bisschen schlechter, aber keine Ahnung, was das jedes Mal soll, sieht man gerade gar nicht mehr, Sonnen. So, jetzt, wie gesagt, mussten wir vorher duschen, das Wasser war so kalt, aber ich glaube, das ist ganz gut, weil das Wasser ist jetzt noch kälte und sieht aber schon mal ziemlich cool aus hier, ich zeig euch das mal, da muss man jetzt noch rein, ach, ich weiß, was ich vergessen hat, meine Schuhe, oh, und Sonnencreme, du darfst ja eh nicht belassen, also Sonnencreme darf man auch nicht belassen, aber die sind ja schon cool aus, wenn ich das mal rum kann man auch nicht belassen, aber auch nicht belassen, aber auch nicht belassen. So, jetzt, wie gesagt, was das mal rum? Da oben kann man runterstehen, jetzt muss ich doch die dann auch noch mal angucken. So, jetzt, wie gesagt, was das mal rum? So, das ist jetzt der Weg zu meinem Todesprung, ich mache jetzt ein Männchenopfer. Ja, die Sandra hat noch nicht die Schnauze voll. Doch. Einmal runterspringen. Ich bin gespannt. Ich bringe die Sandra nochmal den Todesprung. Mal gucken, ob sie wieder schreit. Konzentration. Geht nicht ohne Schreien. Jetzt sind wir einmal durch die Cenote. War ziemlich cool, auch super schöne Anlage. Ein bisschen Angst, wir machen bei dem einen oder anderen Sprung dabei. Du warst am lautesten Sprung. Du warst am lautesten Sprung. Eintritt war 5 Euro, das war okay. Hagen kostet nichts. Das war jetzt zumindest der Abschluss für uns in Tulum. Wir werden dann morgen nochmal weiterziehen nach Cancun. Werden uns da oben auch nochmal ein bisschen umschauen. Und jetzt werden wir den Teil 4 zusammenschneiden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.